Hallo YouTube, freut mich, dass du da bist. Dario hier. Negative Gedanken kannst du ganz einfach aus der Welt schaffen, indem du sie durch Positive ersetzt. Denn unsere Denkweise ist nichts anderes als eine Gewohnheit. Und jede Gewohnheit kannst du ändern. Wie das geht, möchte ich dir jetzt zeigen. Viel Spaß dabei. Die meisten Menschen haben heute und gestern die gleichen Gedanken. Ganz einfach aus dem Grund, weil du heute und gestern das gleiche Problem hattest. Meistens ist es nämlich so, dass sich ein Problem nicht von heute auf morgen löst. Wir haben meinetwegen eine Klausur, eine Prüfung, über die wir nachdenken. Und bis zu dem Zeitpunkt, wo diese Klausur endlich geschrieben ist, haben wir ständig diese Klausur, an die wir denken, dieses Problem. Also wir haben meistens immer dieselben Gedanken über einen längeren Zeitraum. Und deswegen ist es so wichtig, dass du deine Denkweise änderst. Es ist nämlich oft so, dass die Gedanken, die wir haben, uns in unserer Performance, in unserer Leistung, die wir haben, beeinflussen können. Also wenn du jetzt die ganze Zeit, um bei dem Prüfungsbeispiel zu bleiben, wenn du die ganze Zeit denkst, ich schaffe das nicht oder ich bin schlecht darin, dann wirst du es auch mit großer Wahrscheinlichkeit nicht schaffen. Deswegen steuere deine Gedanken. Und hier kommt jetzt der Tipp, wie das funktioniert. Du kannst deine Gedanken als eine Gruppe Soldaten meinetwegen sehen. Und die Soldaten können entweder für dich kämpfen, um dein Ziel zu erreichen. Sie können gegeneinander kämpfen, was in einem Verwirrtheitszustand von dir endet, also dass du nicht so ganz genau weißt, was du tun sollst. Oder im schlimmsten Fall, sie können gegen dich kämpfen, indem du dir eben sagst, ja, ich bin schlecht, ich verkack das oder so etwas. Und du musst sagen, okay, ich bin der Oberbefehlshaber über meine Gedanken. Ich habe die Macht über meine Gedanken. Und dazu jetzt noch eine kleine Gedankenstütze. Die meisten identifizieren sich mit ihren Gedanken, natürlich. Aber deine Gedanken bist nicht du. Denn wenn du nichts denkst, sind deine Gedanken weg, aber du bist immer noch da. Ein Beispiel ist die Meditation. Also wenn du meditierst, dann denkst du an gar nichts. Und du bist ja immer noch eine Person aus Fleisch und Blut, aber deine Gedanken sind weg. Das einzige Problem an der Sache ist, Es ist schon schwierig genug, bei der Meditation an nichts zu denken, gerade für Anfänger. Wenn du jetzt aber diesen Geisteszustand bewahren willst im Alltag, wo ständig Informationen auf dich einprasseln, ständig Leute mit dir reden, das ist echt verdammt schwierig. Und ich glaube, das kriegen echt nur sehr, sehr wenige Leute hin. Deswegen ersetz deine Gedanken eben zum Beispiel durch die Sache mit den Soldaten. Also mir hilft das extrem, ich hoffe, dir hilft es auch. Und ein kleines Beispiel von mir. Als ich angefangen habe, zu versuchen, online mein Geld zu verdienen, war nicht das Schwierigste, dass ich mir diese Fähigkeiten aneigne, die ganzen Sachen, wie man Webseiten erstellt, wie ich Leuten etwas beibringen kann und so weiter. Das war nicht das Schwierigste. Das Schwierigste war, dass ich mir selber sage, dass ich das hinkriege, dass ich das schaffen kann. Denn oft kommen eben diese Selbstzweifel, diese Gedanken auf. Und immer wieder, wenn die kommen, drücken die sich zurück. Und genau deswegen ist es so wichtig, dass du sie beherrschst. Dass du sagst, okay, ich bin der Befehlshaber und ich kriege das hin. Ich hoffe, das Video war nützlich für dich. Wenn ja, abonnier diesen Channel. Ich habe noch viele weitere Videos für dich. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald.